Unni zu, Mensa zu, auch die Bibliothek ist zu. Aufstehen ist schwerer jetzt und alles etwas leder jetzt. Seminar belagt die Kumpel, das geht heute online rum. Mikrofon eingesteckt, Verbindung und den Sound gecheckt. Hallo ihr, hört ihr mich? Bestens ja, ich noch nicht. Bild ist da, Herz ist stumm und so geht die Stunde rum. Online-Kurs, Webinar, ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr. Die Digitalisierung ist wunderbar, doch Video-Chat macht nicht mit, was ich gerne wieder hätt. Miteinander studieren, das wär nett. Zusammen amüsieren, sinieren, diskutieren, statt nur telefonieren. Das wär nett. Das wär nett. Untertitelung des ZDF, 2020